Ich habe das Auto versaubert. Ich sage, nimm das Handtuch da vorne aus dem Dinges. Und denke natürlich, dass sie sich das locker vom Mund hält. Und da reinkotzt sozusagen, wie in so ein Behältnis. Aber nein, was macht sie? Hält sich das Handtuch vom Mund und die Kotze spritzt rechts raus. Schön in die Tür, in den Gurt rein und... Dann ist ja ein Geruch, den kriegst du nie wieder raus, ne? Ich habe ihn rausgekriegt. Ich habe alles in Essig gebadet ohne Ende. Erst mit Seifemasser und Schwab richtig schön dick fett. Und dann zu Hause noch mal mit der, weiß ich nicht, Haltenwurde Essig. Und er war gut. Was wolltest du sagen eben? Ich musste mal deswegen ein Auto zu einem Profit mit einem Aufloreiber geben. Was ich selber nicht geschafft habe. Nicht hängig, okay. Okay. Die ist schön, dieser Randstein. Ja, der ist super. Kannst du wunderbar mitnehmen, der ist toll geworden. Und auch nicht laut. Oh, der ist knapp. Scheisse in dem gestern. Manchmal bin ich durch 10 Sekunden zu spät. Ha ha ha! Er bringt das schon auf den Rippen, das soll ich ja! Ich hatte mal vor zwei Jahren einen Rennfahrer mit, als Beifahrer im Auto, der sich sonst als Instruktor verdient. Und ich hab ihm gesagt, Tom, wir hatten abends ja immer gesessen, schon in einem Band, und ich hab gesagt, ich würd mich freuen, wenn du morgen mit mir mal mitfahren würdest. Und so war das dann damals, wo der Historic Trophy die Experience eines von den Rotschleiden. Man dachte, ja, mach ich. Ich denke, Rotschleiden. Und er stand tatsächlich nächstes Morgen 10 vor 10 am Auto und ist mitgefahren. Und ich hab ihn gebeten, sich das anzugucken und wenn er noch einen Tipp hat, positiv, negativ, erst bitte zu sagen. Von den ersten zwei Runden hab ich gar nichts gesagt. Wenn sie das dann angeguckt. Und ich sag, Tom, ist alles gut? Ja, ja, ist gut. Ich sag, weil du nichts sagst. Und ich guck noch. Und dann sagt er, ja, grundsätzlich gut. Fünf Sachen hätte ich noch. Ich denke, ach du Scheiße. Und drei davon hab ich gemacht mich jetzt seitdem. Und zwei traut mich nicht. Und das war echt gut. Und ich hab eine Sache bisher, sag ich dir nachher, die mir aufgefallen ist. Die würde ich probieren an anderer Stelle. Ich weiß aber nicht und glaube, das bringt was. Ich hab das auch gelernt. Zum Beispiel nach dem Sprungkügel, ne? Das hat er mir aber eben anders mal gesagt, der mitgebracht hat. Probier doch einfach mal. Nimm mal den vierten. Bleibst ein Tick länger auf dem Gas, legst du hart runter. Und das hab ich mal gemacht. Und seitdem schwimme ich doch schön den vierten durch. Oder hier auch. Hier will ich manchmal, geh ich jetzt im zweiten und 6.000 und hier hoch. Sonst hab ich keinen Schwung, ne? Geht auch im dritten, aber dann verhungert er mich hier oben. So, wenn die Besten noch die Typen, dass hier zweimal 100 Kilo drin sitzen, ne? Wenn ihr so 60 Kilo mal drüber sitzt, dann geht die Kamera noch besser. Der wiegt jetzt schon 1545 Kilo ohne Fahrer. Das heißt also, mit uns beiden zusammen wiegt er 1750 Kilo. Ja. Super. Ich bin nicht begeistert. Ich mittlerweile auch. Das fährt wirklich Bombe. Das fährt Bombe. Also wirklich richtig gut. Fahrwerk ist jetzt so, wie ich's brauche. Fahrgreifenkombi, Bremse und vor allem diese Sitze, die jetzt hier drin sind. Natürlich. Die machen sehr viel aus. Hast du ihn auf der Radlasswaage gehabt, sodass er mit deinem Gewicht optimal ist? Ja. Ja. Haben die mir bei Herder Motorsport. Ja. Denk mal gar nicht, dass in so viele kleine Komponenten nur die... Also. Ja, weißt du, jedes bringt immer so'n klein bisschen was. Und vor allem, wenn das vernünftig gemacht ist. Wenn das nicht so ne Murkssache ist. Wenn das passt. Gut. Ich hatte das Gefühl, ich muss unbedingt das Fahrwerk mal neu abgestimmt haben. Neu eingestellt, Radlasswaage. Das und zusammen mit nem neuen Reifen hatten wir 10 Sekunden gemacht. Ich war wirklich immer wie geflischt nachher, wie das auch ging. Ja, dann könntest du ihn weit um Hals bringen können. Ja. Super. Und was kommen wir erst raus an Pesen vorne? 400 ungefähr. Uh. Alle Achtung. Was heißt ungefähr? 390, 395, 400 oder 360? Äh, 460. Also, die maximale Leistung ist eigentlich mit 405. Ach so, nicht. Hab ich versprochen. Okay. Ähm. Die kann aber nicht immer abgeben. Ach so, dann hat er die vollen nur... 10 Sekunden oder irgendwas, oder? Ne, ne, ne. So wie bei dem neuen Fokus. Die kommt auf jeden Temperaturbedingungen an. Öl- und Wassertemperatur. Ja. Und, ähm. Welchen Sprit du pangst. Du musst dann 102 Oktar fahren. Wenn du die volle Leistung abbrillst. Ja. Und es darf nicht zu warm sein. Das war eben mal ein bisschen Luft, ne? Dann hab ich Lust gehabt, ja. Ich weiß aber, ich glaube hinten, ne? Oder vorne auch. So nach oben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ist das nicht der Magga, der auch gekompert hat? Der Kohle-Sack? Magst du den, oder? Ne. Da ist doch so ein Typ. Der hat eine Kompert, einen Compert, einen Ferrari. Ach so, ja, ja, ja. Aus der Schweiz, ne? Ja. Ich glaube, das war der, oder nicht? Kann sein. Lenk, oder? Oder ist das... Das ist doch egal. Ich hab den schon auf der Gassehne-Wagen gesehen. Ja, den langen hab ich auch schon auf der Gassehne-Wagen gesehen, ja. Na ja, das ist ja die beschissenste Stelle. Ja, mit zwei Autos drauf. So, wir mit jetzt langsam mit dem Rücken bisschen fahren die auch. Ja, äh... Ich glaube, der Wunder ist durch. Dem Auto ist jetzt auch warm. Jetzt müssen wir runterfahren. Ja, ja. Und ich muss jetzt auch mal Luft ausbreiten. Ja.